Okay, also wir spielen das folgendes. Ich lese dir eine Kategorie vor. Zum Beispiel Österreichischer Fußballer des Jahres. Du gibst an, wie viele du kennen würdest. Zum Beispiel sagst du vier und ich kann dich überbieten. Wenn ich fünf sage und du sagst, okay passt, muss ich die fünf sagen. Aber du kannst mich wieder überbieten. Das heißt, wer der Höchstbieter in dir ist und der andere sagt, okay, du machst das, dann musst du dich erreichen. Ja, los geht's. Also, erste Frage, Zitz. Wie viele österreichische Fußballer des Jahres warst du? Drei. Vier. Fünf. Ja, du, du. David Alaba, Makro Natovic, Marcel Savica, Hans Krankel, Toni Polster. Savica war ja Fußballer des Jahres. Ich glaube einmal. Nein. 2013 oder so. Punkt für mich. Das ist ja Wahnsinn. Kapitäne von Klubmannschaften weltweit. Zehn. Ja, bitte. Andreas Ulmer, Stefan Schwab, Alexander Grünwald, Michael Solbauer, Thiago Silva, Sergio Ramos, Thiago Silva, Sergio Ramos, Messi. Messi. Zu viel Nachdruck. Ich habe leider gesagt. Messi hat es vergessen. Bonucci. Momentaner Champions League Manager. Also, die Trainer sind das, oder? Sechs. Er denkt jetzt nach. Sieben. Acht. Ja. Ja. Hansi Flick, Jesse Marsch, Thomas Tuchel, Sari, Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Sine Zidane, Dejan Stankovic, Nenad Bjerlitzer. Habe ich schon sieben? Mhm. Das kann ich schon sagen, ist ja alles richtig. Okay. Teams in der italienischen Serie A? Sieben. Acht. Du kennst dich gut aus, Alter. Scheiße. 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 Willst du anfangen? Ach, ja. Ähm. Neapel, Milan, Inter, Bologna, Hellas Verona, Genua, Sampdoria, Genua, FC Turin. Das sind schon acht. Das genügt schon. Das stimmt eh. Du musst blöffen. Wenn du sagst zwölf, dass ich dann 13 sein muss. Ja. Wenn du mir dann zwölf aufsagen lässt. Ja, das ist Pech. Bis zehn. Zehn, glaub ich. Ich kann nur... Pst. Da bin ich daheim. Superhelden. Mega Superhelden. Ich meine Super, nein. Meine Güte. Eins. Zwei. Zwei. So. Batman. Drei. Vier. Bitte. Batman, Superman, Thor, Spiderman. Wer ist der Thor? Der hat mir einen Hammer. Und Donald Duck geht dann auch? Donald Duck auch super. Da hätte ich viel gewusst. Ich hätte die Zähne gewusst gehabt. Ja, den schenke ich dir. Yes. Danke. Was für ein Sieg. Grandios.